Jetzt geht's an die Dossier. Möchtest du? So, ich begrüße meine Fahrgäste am Rolf. Wir sind alle gut wieder auf. Da wollen wir es mal gebürtigen. Wir haben eine erste Runde zum Ausgewöhnen nehmen. Jetzt ins Musical. Los geht's hier. Und noch ein bisschen Schall, die Zolleige ab in die Abschlussposition läuft. Die Zolleige ab in die Abschlussposition. 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 Vielen Dank.